Es gibt kein Entkommen. Das Baby ist komplett wahnsinnig geworden. Werden wir es überleben oder werden wir es nicht schaffen zu entkommen? Seht ihr in der heutigen Folge von The Baby in Yellow. Das Ganze kann ein bisschen gruselig sein und ist nichts für schwache Nährung. Viel Spaß. Über die Küste in fernen Ländern. Die Wohnung betreten. Okay, 8, 7, 8. Oh, oh, cool. Oh, nice. Wow. Oh, okay, da wird mir irgendwie voll schwindelig. Folge der schwarzen Katze. Klar, hat die hier hingekackt? Nee, gut. Wo ist sie hin? Hey, schwarze Katze. Hallo? Hör doch auf! Junge. Okay. Hallo, kleine schwarze Katze. Oh, ich hab so Gänsehaut. Junge, what the... What the fuck? Ey, wir werden reingesaugt ins Bild. Oh mein Gott, Hilfe! Nein, du Baby! Alter Junge, was? Cool. Wo sind wir? Sind wir tot? Folge der schwarzen Katze. Moin. Och, nicht schon wieder. Wo ist sie denn hin? Hä? Was? Okay. Huh. Oh, krass. Oh, krass. cool. Also, der Typ malt einfach Portale, durch die er durchgehen kann, wo er hin will. Das würde ich auch gerne haben, ey. Genauso wie dieses hässliche Buch. Hier sind ein paar Pilze. Auf jeden Fall sehr, sehr wilde Pilze. Die leuchten einfach. Crazy. Gucken uns einfach mal ein bisschen um. Da ist die kleine schwarze Katze. Uh! Fehlend. Mir fehlt irgendwas. Öl? Wahrscheinlich nicht. Hallo? Hallo, hier. Ich folge doch der schwarzen Katze. Was ist los? Wie soll ich denn da reinkommen? Bin doch zu groß. Wahrscheinlich irgendein Kabel oder so, ne? Ah. Fertig. Problem gelöst. Irgendwas mit einem Kabel muss man safe machen. Also, man kann sich auf jeden Fall... Alter. Kein Baby erlaubt. Verständlich. Kann man sich das irgendwie craften oder so? Oh, ja. Toll! Das hat mir jetzt nichts weitergebracht. Hat mich jetzt nicht weitergebracht, Mann. Oh! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Vier. Okay. Wahrscheinlich ist es das nicht. Das ist vier. Zwo. Gehört hier hin. Klack. Drei. Klack. Perfekt. Wann klacks, Mann. Was habe ich vorgehabt mit dieser Kabeltrommel? War nur Spaß. Ich wollte das hier schon eben die ganze Zeit machen. Was geht ab, kleine Katze? Wo ist die hier hin? Ofen. Heizungsraum erkundigen. Hier heiß drin, oder? Bisschen Gas. Bisschen Kohl. Rinder. Oh ja, ich glaube, wir müssen hier ein bisschen mehr einheizen. Ja, und jetzt? Rasende Hitze. Oh, cool. Habe ich gewusst, ne? Weißt du, wie ich meine? Alter, wie cool sieht es hier drin aus? Ist ja mega. Hallo? Oh, hör doch auf, Mann. Junge. Wer hat sich erschrocken, ha? Ihr Weicheier. Ich? Okay. Hör auf! Steh auf, bitte! Oha, was? Was? Hier in der Tür ist nix. Oh, cool. Äh. Hallo? Oh. Was ist denn das? Eine Batterie. Aha. Aha. Die funktioniert, oder ist die leer? Keine Ahnung, ob die hier richtig ist. Okay. Hier, mein Lieber. Hallo, guck mal, ich bin's, dein Papi. Moin. Guck mal, ich bin jetzt dein Papi. Hallo. Was ist mit deinem Auge los, Mann? Guck mich mal an. Ey. Hier, spielt die Musik. Mein Kind schielt. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Bring den Roboter zur Reparatur nach oben. Okay. Nichts leichter als das. Ich bring dich hier hoch, mein kleiner Scheiß. Mein kleiner Scheißer, komm. Hier, mein kleiner, süßer Fratz. So. Der Roboter wird angeschlossen. Junge, creepy, Alter. Ich glaube, der lädt sich jetzt ein bisschen auf. Warte, was? Oh mein Gott, wie knapp. Glücksspiel, Leute. Das ist Glücksspiel. Was? Oh, damn. Oh, Mann. Die Reflexe sind's. Ah! Ich war so selbstsicher. Ich will es noch mal machen. Es hat Spaß gemacht. Moin, was geht ab, mein Bro? Nein, fass mich nicht an. Was hast du denn da jetzt gedruckt? Tittenpatrone leer. Okay, warte kurz. Wo kriegst du hier Tittenpatrone? Warte mal, warte mal, warte mal. Hier. Hör auf, so rumzuholen. Warte, du kriegst es. Irgendwo hier muss es. WTF, Mann. Gugu Gaga. Ich habe ganz stark das Gefühl, das Kind kommt gleich hier durch. Oh mein Gott, da habe ich ja richtig Bock drauf. Wo soll hier denn die Tittenpatrone sein, du Fisch? Vielleicht doch wieder hier unten? Aha. Die Tittenpatrone. Tittenbox. Hör doch auf! Junge. Hier, friss. Freu dich nicht so früh, mein kleiner Freund. Ja, ja, ja. Schön für dich. Was fehlt denn jetzt noch? Ah! Dir fehlt ein Arsch, oder ist das? Neuen Booster befestigen? Wo zum Teufel soll ich einen Booster herbekommen? Bleib mal hier dran, mein Lieber. Oh. Okay. Ich glaube, das ist ein Booster. Hier. Dann mache ich dich hier dran. Ja, ja, ja. Toll. Wird verbunden. Oh. Warte, du kriegst den Arsch dran. Warte, 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 warte. Ich mache es. Ich mache es. Brauchen wir dafür eine Werkbank oder so? Irgendeine Werkbank. Hier unten wird es safe nicht sein. Aber die schwarze Katze war eigentlich ziemlich korrekt, ne? Die hat uns schon ziemlich gute Hilfe geleistet. Den Käffchen. Okay, cool. Also, ich check schon. Ich check schon. Du hässliches Baby. Ich nehme jetzt einfach so einen Hammer. Und hau damit auf das Ding ein. Gib. Hier, nimm jetzt, du. So, dann hier. Öl. Willst du auch nicht. Hier, ein Schraubenzieher. Bro. Was willst du sonst? Willst du hier einfach rumliegen? Oder was, du Fisch? Oder du Roboter. Okay. Oh, hier ist noch eine Tür. Hier waren wir noch nicht. Ist das euer Ernst? Ein heiliger Türstopper? So ein unglaublicher Mist. Das haben, die wussten das. Ich schwöre es euch. Die wussten das. Die Spielemacher wussten das, dass man hier struggeln wird, weil man sich nicht, weil man nicht versteht, wieso, wieso das nicht funktioniert. Und dann haben die einfach so aus Spaß sich gedacht, komm, dann machen wir einfach so ein, dann machen wir einfach aus Spaß so einen unendlichen Dings da draus. Wisst ihr, wie ich meine? So ein, äh, hier, so ein, so ein heiligen Türstopper. Ey, diese Spielemacher haben schon sehr, sehr tricky gearbeitet. Tricky, tricky. Aha, guck mal, da ist es doch. Guck mal da. Guck mal jetzt mit. So, du kleiner Scheißer. Hier drauf mit dir. Hier dran mit dir. So. Let's go. Kriegst du jetzt hier erstmal das Ding. Nehmen wir uns mal ein frisches. Und bitteschön. Und jetzt einmal rantackern das Ding. Woo. Alrighty. Jetzt hast du ein bisschen Booster. Ja, cool, oder? Ah, okay. Wiedersehen. Gut, gern gemacht. Ja, toll. Jetzt sind wir wieder alleine. Ran an the Bobbis. Hat mir richtig ran an the Bobbis geklebt. Nice. So, was hat er? Und jetzt? Wahrscheinlich kommt jetzt das Baby durch die Tür, oder? Junge, was habe ich gerade gesagt? Nö. Haha. Du kommst hier nicht rein. Das sieht so gruselig aus. Haha. So. Oh, das Schild Babyfreie Zone ist weg. Kein Baby erlaubt. Ist runtergefallen. Der magische Türstopper. What the frog? Oh, ach. Oh, oh. Was geht ab, Newt? Machen wir hier die Tür auf. Aha. Okay. Ein Schraubendreher wahrscheinlich, oder? Den da. Oh, ja, Mann. Moin Baby. Was geht? Okay. Öl. Mann. Bitte schön. Okay. Ja, und jetzt? Ein Hammer. Hammer. Ich habe irgendwie Angst, dass das Baby durchkommt. Okay. Nice. Oh, mein Gott. Ich wusste es. Oh, mein Gott. Ich wusste es. Es kommt. Beckают. Vielen Dank.